Musik Ich bin immer noch am Fallen. Ich bin immer noch am Fallen. Eine Schneide. Oh, deine Schneide. Hört mich mit der Butter an. Musik Mein Gott, sind vier Leute hier genau gleich aussehen. Du bist doch nass, darfst du doch nur, weil du so ein Rassist bist. Sind alle gleich aussehen, Bruder? Ah, da sind alle da hinten schon wieder los. Da wo die Action ist, Daniel. Immer da wo die Action ist. Das ist laut. Ah, das ist der Wann an der Blitzwolke. Ich weiß die aber von außerhalb des Kampffelds. Pass auf, sie kommt leer. Ah, ah. Ah, ah. Ich komm schon, Alter. Ah, das ist der Wann. Ah, das ist der Wann. Ich hab den Stein kaputt gemacht. Oh... Wie, Frau Harteier? Den kommt ja immer ans letzte Jahr an. Wo wir alles schon erlegt haben. Ja, so nix neuer, Daniel. Na klar. Sturm-Faust. Ah! Alter, was? Oh... Das sah ganz schön bescheuert aus. Ja, genau. Was darf der nicht mit den Helden von Tambril machen? Oh... Der ist so dämlich. Was ist das denn? Äh... Was macht der? Den nimmt John! Können wir sterben? Ja. 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 Ich hab wieder einen Kopf bekommen Das war super, aber der ist Nichts, oh Gott Nehmen wir einen ins Wasser Das war super Das war sehr spektakulär, Daniel Ich nehme einen ins Wasser Der ist wohl nicht geschrien, aber Ich bin beinahe im knietiefen Wasser gestorben Dann kannst du später deine Kinder erzählen Deine nächste Brüse soll 36 Grad werden Ich weiß Sehr geil Fällt das jetzt schon nicht mehr aus, ey Auch nicht Dann musst du auch aufpassen, dass er nicht aus seinem eigenen Pfützen da ausrutscht Die Mutter ist die ganze Zeit mit einem Mop oder so unterwegs Wie so eine Schlecke Und dann lässt er so eine Spur hinter sich Dann musst du so die Socken ausbringen Und dann musst du noch mit den nestlichen Arschpulern kämpfen Und dann musst du noch mit den nestlichen Arschpulern kämpfen Die Typen helfen andere Typen zu töten Ja irgendwie schon, das ist Das ist unser Leben Da sind so Typen, die kommen mit so anderen Typen Ich weiß, wir müssen wir solche Typen erneuern Diese Typen töten Wir sind diese Typen Wir sind Ich bin diese Typen Aber du bist doch nur einer, er Ja So ein Dreck Bewegung Heißt nicht, wenn das war sehr kurze Reise Es gibt nicht Wer war's? Ein episch Ich bin gut mit Worten Ich bin gut mit Worten Meine Waldler Ich glaub die werden ihn umbringen Das will ich sehen Wir wollen eine Partnerschaft des gegenseitigen Lerners Meine Freunde Es gibt kein Heilfurt Wir kommen in Frieden Der ist auch voll gebracht Aber hier Ich glaub die Verhandlungen sind gescheitert Ja, weil da mein Essen ist schon bin ab Ah Ah Ja, Daniel Na, was du da Lauf mit? Oh, ich hab ja mehr Das sagt zu überleben Schnell was wissen Na? Ich kann nicht selbst, mir hätte ich meinen Geist und Nein Das muss kommen Oh geil Super Das findest du doch gut, Daniel Das sieht echt geil, dass sie sich bewegt Guck mal, Daniel, das geht da rauf Ja, der hat ein langes Arschschwert Guck mal, ey Ja Der hat ein echt langes Schwert, Daniel Ja Boah Fär mich Ich will auch so ein riesen Schwert haben Ich glaub der ist sogar länger als dein Oder sieht das nur so aus Weiß nicht Sieht so aus Sieht so aus Wir kämpfen hier beide, kämpfen sich darum Gut und böse, sondern wer den längsten hat Haha Was sieht das aus hier, ey Ja, er macht hier mal Der Ektor ist nicht wieder voll, ey Da sitzt einer Ja Ich habe es euch schon gesagt, wir leiden nur für den Wald Ihr seht keine Bedrohung für mich Wir werden sie sehen Wir machen die mit dir Wir sind die Guten, oder? Eure Acht wird niemals beherrschen Nicht so lange, solange sie lieben seine Wechseln ist Warum ist hier eigentlich alles so grün, ey Ich will seinen Namen sagen Was machen die mit dir? Aaaaaaah Es wird aufhören Wenn ihr uns sagt, was ihr wisst Aaaaaaah Ist das hier irgendwo ein Hate-Toy? Es wird aufhören Wenn ihr uns sagt, was ihr wisst Ich red mal mit dem Türm Diese ständige Akte Die Bosma Sagt uns, was ihr wisst Es war's Aaaaaah Ich kann es so lange dauern lassen Warum ist hier so schwer? Ich bin schwer! Ich glaube, die hat einen Fetisch Mehr von beiden Ich glaube, die ist ein Satis und der ist ein Macherkrist Ja Ich gehe mal Ich will irgendwie merkwürdiger, je länger ich da zuschaue Oh, das ist Legolas Ui Das war irgendwie nur Schwerkraft Als ich da runtergesprungen bin Ui Äh Ja Ist das Wasser? Ist Wasser Ist Wasser Ist Wasser Ist Wasser Ist Herrlich Daniel Jetzt kommst du deine Katze da runtergesprungen Ja Die löst sich im Wasser auf Da ist er ja wieder Hallo Weil da stand grad Falle in den Schärfen Da oben ist er Ähm Geisterpanta? Ja Wenn die Beute selber ein Jäger ist Sind das seine Konkurren? Finden wir heraus Wie dieses Fleisch spekt Ich probiere euer Fleisch, Alter Das sind aber große Mietzekatzen Ja Der schießt mit Fallen von da oben, der Pisser Der da runter Hast du das gesehen, Daniel? Hast du das gesehen, Daniel? Da hochgesprungen oder was? Ach Mach ich noch mal, guck mal Guck mal Guck mal, ich fress deine Mädchen Guck mal Guck mal Hey, der schießt meine Feuerbälle zurück Der schießt meine Feuerbälle zurück Der schießt ein Schutzschild, Daniel Das geschehen durch Geisterlebnis Sieh sieh ihre Jahren neu begeht Also Schaden gemacht dann wie Der ist runtergefallen Oh Gott, oh Gott, der trifft mich Oh Gott Ja, der könnte nervig werden Oh Gott Oh Gott Weil hier fahrgabt Ah Man schmeißt mich hier die ganze Zeit am Boden Alter Alter Alter, was macht denn hier so viel Schaden? Weil der Kipps-Einsätze und Pfeile, der Pisser Und die scheiß Mietzekatzen So wie Spawn immer wieder Ja 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 Oh Gott, der schießt wieder, Daniel Oh Pisser, ey Oh Gott, ich muss hier raus Ich muss hier raus Ich hab gar keinen Gif Ich hab gar keinen Gif Ich hab gar nicht raus da aus der Ecke, Daniel Ich hab Pisser, ihr scheiß Mungo-Müßen, Alter Oh Gott, ab Oh Gott, ab Nein, nein Oh Gott Oh Gott Mann, das betäubt der Pisser Oh Gott Ah, Mann Oh ey, noch mal Ich kann doch nicht raus, ey Lass mich raus Lass mich raus Lass mich Ja, Miete Pisser, ey Okay Nein, pass auf Will ich dazu irgendwas machen? Boah, ey Scheiße Er ist nicht raus God, ey Ey Ich steh immer kurz vorm Verrecken, ey Oh ok, so kurz mir auch wieder Niga Der setzt sofort den scheiß börjar wenn man zu ihnen zu nah kommt Oh Gott, ich steck fest Oh Gott, oh Gott, nein! Fuck, fuck, nein! Fuck, fuck, nein! Scheiße! Mann, die hatten wir... Oh Gott! So ein Mist, die hatten den doch fast! So ein Bock Mist! Warte auf, nein! Jetzt kriegt der gleich sein maximal Überschalltempo! Boah! Das ist auch kacke! Hier ist kein Risiko dahinter! Da warte ich ehrlich! Nicht wenn ich auf maximal Überschalltempo gehe! Ja! Blockiert nur überall, wo ich durch die Gegend laufen muss! Ich glaube ja nur im Kreis, wenn der mal hier in der Mitte irgendwo stehen würde! Das macht der nicht, ne? Muss ja die ganze Zeit um den Baum herumlaufen und dann so ein... Ich kann das sehen, was du da machst, das ist sehr beeindruckend, ein Profi bei der Arbeit zu schießen! Boah ey, jetzt komm ich hier nicht vorbei, weil überall die Kreise sind! Lass dich nicht von denen in die Ecke drängen, ey! Das ist ja das Beschissenste überhaupt, ey! Ich glaub, diese Viecher sind mir zu einem Grund da! Und zwar, dass die sollen dich zu dem Typen da drängen, damit er dich in seine scheiß Giftfallen da reinhauen kann! Warte auf, Daniel! Ich komm ja nirgends mal vorbei, hier ist überall... überall Gift! Ein paar Vulkanen, geh auf den los! Nee, ich hab die scheiß Katzen, ne? Scheiße, kein Ultimat mit dem Stab, Daniel! Ja, aber er dauert zu lange, ey, mach! Also, und der... Der? Der ist der Champion! Das war aber scheiße! Der ist der Danilo LP! Ich hab's geschafft! Alter, was ist das für ein riesen Bär dahinter? Ist der Bär dahinter? Jaaa... Ich glaub, der Spin hat den vergewaltigt! Der spuckt bestimmt gleich Spinnen aus seinem Maul! Oh Gott! Oh Gott! Oh Gott! Jaaa... Du versuchst ja jetzt gar nicht, guck mal viele da sind, ey! Oh! Jetzt hat die ist schon wieder so typisch da in der, der realisiert erstmal das Problem später, ey! Ja, wir machen die aber auch nicht... Allein sind ja auch noch welche! Echt? Ich hab ja erst irgendwie 2 gesehen, deswegen dachte ich Ja, ich still darf jetzt 2, aber ich bin nicht so gut in Mathe Das war geil Ja Sie schlacht uns ab Schnell Kehrt zur Barriere zurück Was hier zählen sich Was? Verpassen wir hier irgendwas? Ach Oh Gott Oh Ist das die Selene? Nee, eine zurückgebliebene Schwester Oh geil, das Schlachtfeld alter, guck dir das mal Ja Aber die hat noch 400.000 AP Was war das zu bedeuten? Ihr müsst gar nicht wissen, schlag einfach drauf dann Oder wie bei Sportart Online Ebrütsch Hit it, hit it until it dies Okay, ich bin ein Sackophag Ich kann mich aber befreien Haha Ich glaube irgendwie xt Dann hit it until it dies Draufhauen bis it stirbt Garni, pass auf, das spinnt dich ein Oh Gott Gott Das war awesome Irgendwie schon, ne Ich glaube meistens wenn wir jetzt fracken Facken dann der Kampf wieder an Vielleicht geht der Boden hier auch wieder weg Vielleicht geht der Boden hier auch wieder weg Das ist gleich wieder äh Vielleicht kommt die richtige Selene Das klingt halt einfach nur Selene und nicht die Wirkungsselene Na ja klar Wie bei King dem Arsch Was? Oh geil Ich bin gut, ne Aber da kommen ja noch mehr, ey Was? Ich bin tot Ja toll Ich auch gleich Boah ich kann mich schon wieder Ey lass mich doch mal aus der Ecke da raus Ähm wo bin ich? Ja wir sind wieder hier oben Was war das jetzt? Was war das? Weiß ich nicht Ich versteh jetzt nicht was gerade passiert ist Ja wo ist es festgehalten und die haben auf dich drauf gebollert Ja aber ich hatte nur noch voller Energie Das ist wieder so einen den wir nicht besiegen können Ich seh das schon ey Was war das? Jetzt kommt die gleich Das ist nicht sogar meine finalen Form Weißt du? Aha Was ist das? Schlampe Gott Trophäe, Selene Kakt 5 bei den Unerschrockenen Jetzt erfreut mich euch euch wieder zu sehen meine liebe Selene Eure Geheimnisse gehören jetzt an mir Selbst den Tod werdet ihr auf viel viel beweisen denn Eure Magen sind so verrechlich wie euer Geruch Sieger das Ja das ist Wir hatten ein Einabkommen Ihr habt eine beeinflusst Herr Rumschaft Sieger von Selenes Netz Eure See wird eine der mächtigsten Magier der Gehe hervorbringt Ich habe lange darauf gewartet Ich habe eure Acht nicht angesehen Und dennoch kommt ihr in mein Heim und Töte in meinen Leibn ein Ihr schaut besser für den Rest eures Leben über eurem Schatten Meine Art kennt Wege um zurückzukehren und unsere Geschäfte abzuschließen Das werden wir sehen, mein Liebling Ich glaube er ist der Böse eigentlich hier oder? Ja irgendwie schaufelt Selenes Bedrohung Selenes Seele gehört jetzt mir Selenes Seele gehört jetzt mir Das Wissen, was wir von der Seele dieser Kreatur erhalten werden, wird sie Sie untersuchen natürlich Sie untersuchen natürlich Sie untersuchen natürlich Wir haben dem Magiergeld geholfen Geil Magiergeld ist böse Ich bin unglücklich Ich bin einlöser Ich bin einlöser